Gib mir Kraft für meinen Glaube Hallo und willkommen zu der Prediktion von der FIFA World Cup 2018 von Fisch-Chanakia. Heute Fisch-Chanakia wird die Sprecher zwischen England und Sweden in den Quarter-Finals betrachten. Let's watch the prediction. Alles, was du tust, ist bloß. Gib mir mehr von deinem Willen. Gib mir mehr von deinem Blut. Im festen Glauben an die Abgrund steh' ich Tag und Nacht bereit. Ich seh' überall deine Zeichen, bricht die an die neue Zeit. In den Schatten einer Ahnung warten wir seit Jahren schon. Ihr seid wenig, wir sind viele. Unser Name ist Leopold. So viel passiert uns auf. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Today, the Chanikya fish predict the quarterfinal match between England and Sweden that Chanikya predicts the England will win As NGO, we like to promote a social message and each and every event and each and every prediction Today, we are going to talk about and create awareness around the world the fans, football fans The Chanikya fish will also predict the semifinals and finals Please keep watching our channel and subscribe to our channel This video will also be available in Donate to Save Life, channel 1 and Hari Food and Entertainment, channel 2 and Hari Sports, YouTube channel and every day we bring our social message for the fans across the world the football fans across the world and today is the theme Plant more trees Plant more trees Protect environment Make the world Make the world Make the world Better place Better place For the future generation For the future generation Thank you Thank you Thank you for watching this video Please press like button Share with your friends Give your comments And please do not forget to subscribe to this channel Thank you very much